Gerade haben wir gelesen, wendet euch zu ihm und fürchtet ihn und verrichtet das Gebet und seid nicht unter den Götzendienern. Er hat gesagt, heißt das, dass derjenige, der das Gebet verlassen hat, von Muschirikin ist oder Kafer ist? Dieses Thema ist umstritten zwischen den Gelehrten. Und zwar, passt auf, es gibt Konsens, Übereinstimmung, es gibt keinen einzigen Gelehrten auf der ganzen Welt, der sagen wird, wenn jemand das Gebet verleugnet oder sagt, das Pflichtgebet ist nicht Pflicht, es gibt niemanden, der sagt, dass diese Person Muslim ist. Das heißt, jemanden, der verinnerlicht, dass das Gebet nicht Pflicht ist oder der macht sich lustig über das Gebet oder Religion und so weiter, diese Person ist kein Muslim. Jetzt aber, wenn jemand sagt, doch, das Gebet ist Pflicht, aber man ist faul oder man betet nicht. Da gibt es zwei Ansichten bei den Gelehrten. Einige sagen, der macht den großen Kuffer und der ist kein Muslim und die anderen sagen, der macht den kleinen Kuffer und der ist Muslim, aber der macht etwas, was die Kuffar machen. Das heißt, ein Muslim betet, ein Kaffir betet nicht. Und wenn ein Muslim nicht betet, dann tut er etwas wie die Kuffar und deshalb, man nennt das Kuffar bei ihm, aber der wird vom Islam nicht ausgeschlossen. Und es gibt noch eine Ansicht, und zwar, man fragt diese Person, warum betest du nicht? Der sagt zum Beispiel, ach, er betet seit Tausenden von Jahren, was habt ihr erreicht? Oder ich werde, warum soll ich meinen Kopf auf den Boden tun? Wieso, warum? Diese Person ist kein Muslim. Aber eine Person fragst du ihn, warum betest du nicht? Der sagt, möge Allah mir verzeihen, möge Allah mir helfen, eines Tages werde ich anfangen mit dem Gebet. Und Inshallah, Allah gibt mir Kraft und sowas. Man kann ihn vom Islam nicht ausschließen. Und noch etwas, was wichtig ist, wenn man sagt, derjenige, der das Gebet unterlassen hat, ist kein Muslim. Was bedeutet unterlassen des Gebetes hier? Heißt das ein Gebet, unterlassen zwei, ein Tag, zwei Tage, immer nicht gebetet, das ist hier. Es gibt auch keine klare Rechtlinie für diese Ansicht oder für diese Meinung. Und deshalb, Barakallahu al-Faqam, wichtig ist zu wissen, dass dieses Thema umstritten ist unter den Gelehrten des Islam. Und für uns ist es wichtiger, die Leute zum Gebet aufzurufen und ihnen das Gebet beizubringen und sie zu unterstützen, um zu beten, als dass wir sie vom Islam ausschließen. Und hier haben wir von der Gebet aufzurufen. Vielen Dank.